UN-Generalsekretär Guterres hat wieder Israel scharf kritisiert. Auf der Plattform X schrieb er, wir werden Zeuge eines Tötens von Zivilisten, wie es dies in keinem anderen Konflikt gegeben hat, seit ich UN-Generalsekretär bin. Zitat Ende. Eine Behauptung, die der Journalist und Kolumnist Jan Fleischauer prompt relativiert. Syrien 500.000 Tote, Jemen 370.000 Tote, Afghanistan 180.000 Tote, dafür 300.000, Kongo 800.000 Tote hält er dagegen, ebenfalls bei X. Und er stellt in Frage, ob Guterres tatsächlich der Mann der Besonnenheit ist, für den er gelobt wird. Guterres hatte ja bereits mit umstrittenen Aussagen zu Israel im UN-Sicherheitsrat einen Eklat und große Empörung ausgelöst. Guterres hat ja bereits mit einem anderen Konflikt, aber es hat ja bereits mit einem anderen Konflikt zu Israel im UN-Sicherheitsraten. Guterres hat ja bereits mit einem anderen Konflikt zu Israel im UN-Sicherheitsraten.